Herzlich willkommen auf der 14. Internationalen Batteriemesse China, der CIBF 2021 in Shenzhen. Wir zeigten hier eindrucksvoll, welchen Beitrag Leuzesensoren bei der Lithium-Batterieproduktion leisten. Einweglichtschranken der Serie 3C erkennen die Batterie zuverlässig durch einen 2,5 mm x 2 mm großen Lichtfleck. Durch das Einwegprinzip und Laserlicht wird gegenseitige Beeinflussung vermieden. Die messende Gabellichtschranke GS754B verfügt über eine Korrekturfunktion und bestimmt Durchmesser und die Position von Kanten. Unser dynamischer Referenztaster DRT25C detektiert beliebige Objekte auf dem Vorderband zuverlässig und aktiviert die Barcode-Lesefunktion des BCL248i. Stationäre Barcode-Leser der Baureihe BCL248i lesen alle gängigen 1D-Codes auf der Batterie. Durch die hohe Scanrate bis 1000 Scans pro Sekunde erfolgt die Codelesung stets zuverlässig. Auch bei Objekten mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit und unter beengten Platzverhältnissen. Miniatur-Einweglichtschranken der Serie 2 erkennen Batterien auf der Förderstrecke mit einem Lichtfleck von 5 mm. Die Lichttaster FT5X3 mit V-Optik und präzisem Fokuspunkt erkennen reflektierende Objekte wie zum Beispiel Batterien durch Infrarotlicht. Kapazitive Sensoren LCS detektieren nichtmetallische Objekte zuverlässig mit einstellbarem Schaltabstand. Safety at Leutze Unsere Sicherheitslichtvorhänge MLC500 überwachen Maschinenöffnungen und erkennen das Eindringen von Fingern oder Händen. Sicherheitslaserscanner RSL400 überwachen Bereiche auf die Anwesenheit von Personen. Die Sicherheitsschalter mit Zuhaltung L300 halten Türen und Klappen bis zur Freigabe durch ein elektrisches Signal geschlossen. Wir sind Technologie- und Innovationsführer im Bereich Sensorik und haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich zu machen. Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie!